MINDEST VLOG Video? Eins Eins Kann ich schon sagen Wir hören die geräusches 행 ´ Kategorische Musik heute ist pouzitzust Kategorische Musik Wir öppen Zunge Shit ist verse Kategorische Musik diesen Sieger Rollin 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 kolling Rollin Rollin graduated Oические Hey Wir sind jetzt in Köln angekommen. Wir haben keine Ahnung, wo wir sind, aber irgendwo am Rhein und da ist Daniel. Warum stehen wir? Warum weißt du nicht einfach weiter? Ja, wir sind auf jeden Fall in Köln. Ein bisschen unangenehm alles. Und ich habe konstant das Gefühl, einen Weg zu stehen. Kann ich in die Mülltonnen kacken? Was möchten Sie? Also mit diesem Video möchte ich hier kurz festhalten. Wir sind irgendwo in Köln an einem Spielplatz. Und wir werden jetzt wahrscheinlich schon richtig auf Essenssuche oder so. Wir werden irgendwas cooles machen. Wenn wir nicht ein massives Problem hätten, was der Problemgeber jetzt einfach mal schildert. Ich muss richtig fett pissen. Ich melde mich wieder, wenn wir erfolgreich sind und Tony Strohland gibt. Ich werde Tony während des Strohlands finden. Wir haben immer noch keine Toilette gefunden, aber hier ist überall Polizei und wir wissen nicht genau, was hier los ist. Ich glaube, Tony Angela Merkel ist zu Besuch. Die Streams melden jetzt auf jeden Fall Angela Merkel. Jedenfalls ist hier sehr viel Polizei. Das wollte ich noch sagen. Tony, wir werden unser Hotel niemals finden. Wir laufen hier durch Köln ganz entspannt an nichts. Und auf einmal ist hier irgend so eine Demo. Ich muss ehrlich sagen, da wird mächtig Angst. Ich bin sehr froh. Hater. Also wir sind angekommen. Guck mir mal die Karte hier raus. Hast du ja die Karte raus von mir? Ja, die komme ich gerne für dich raus. Und jetzt? Was nehmen wir hier unten? Das ist unser Zimmer. Ich möchte es quasi unnötig nennen, dass genau das hier existiert. Jetzt natürlich die Frage, was ist das? Und was ist das daneben? Die Dusche? Und was ist das daneben? Die Dusche? Warum tut du denn denn? Das kleine Kack-Farschbeck. Warum kommst du aus der Dusche und willst dich abtrauken? Das ist einfach kein Klacks. Ich merke. Nein, wir sind nur eine Nacht dran. Wir können ja hier nur nicht nachttrauken. Saram, jam. Jam, ham, ham, ham. Ist die Aussicht? Ham, ham, ham. Oh, das ist ja der Hammer. Boi. Das darf immer mal Spaß haben. Boi. Boi. Wo wie hier? Roi. Wo wie hier? Wo wie hier? Wo wie hier? Hier sind wir gerade an was? Wo bin ich hier? Am reinem Energie-Stadion. Und warum? Weil wir jetzt Profifußballer werden. Wir sind hier auf einmal bei irgendeinem Spiel von irgendeiner Mannschaft. So, wir haben jetzt den Punkt erreicht. Wir waren am Rhein-Energie-Stadion und jetzt geht es hier irgendwie aus irgendeinem Grund bergauf. Und Toni findet das richtig klasse. Warum macht man denn so einen Scheißweg, Alter? Ich finde ihn so sandig. Ich möchte ja nichts sagen, aber ich glaube da vorne stand einfach ein Reit. Das ist ja wild. Wir machen einfach kurz eine Wanderung, eine Bergtour. Wir sind verschlungen im Wald. Wir haben jetzt gesagt, wir scheißen auf die Gamescom. Wir gehen jetzt einfach mal einen Waldspaziergang machen. Auch morgen werden wir hier noch übernachten. Das ist Franziskus. Wir werden jetzt hier mit Baumschelm eine Hütte craften und hier leben. Sagt das bitte nochmal so nötig. Wir werden jetzt hier mit Baumschelm eine Hütte craften und darin leben. Ja, das werden wir. Oh, oh, Bäume. Männer wie wir, sind einfach Unstabbau. Männer wie wir, schillen die Erde vor Männer wie wir. Also, wir sind jetzt plötzlich im Tierpark, aber wir haben auch festgestellt, hier ist gerade ein Eintritt. Stimmt's? Oh, guck mal, hier sind Elefanten. Geil. Okay, Toni, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt im neuen Hotel. Ja, YouTuber-Mann geregelt. Aus dem Mund können wir in unserem alten Hotel auf einmal zwei Rente-Personen in einem Doppelstock-Bett schlafen wollen. Haben wir jetzt Zimmer Nummer 103. Ich gucke mal kurz hier. Okay, Toni. Okay, Toni. Ja. Roomtour jetzt. Roomtour. So, das ist das neue Zimmer. Das ist also immerhin nicht mit zwei Rente-Personen. Und ein Fernseher. Ein Fernseher. Ein Fernseher. Ein Fernseher. Mindest-Vlog. Ey, Toni. Wo lang? Wo sind wir? Der Mindest-Vlog wird jetzt weiter gefehlt an Weihnachten. Ja, das ist natürlich sehr spannend. Am Cristo. Wer ist da? Wer ist dann da singt. Einer auch singt. Dennis weiß, was. Wer ist da ein Mann oder eine Frau? Wir haben auch gerade überlegt. Wie rätseln noch? Was? Wir rätseln noch? Wir auch. Peter Brah applause gönnt ihr den Gang? Oder Sie? Ich glaube, das ist ja … Die stimme ja eine Frau! Das stimmt natürlich. Der Name hat man vom LadyBull. Was wären wir ohne unsere Freunde, ohne euch?